Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so einen F-Stecker hier an ein Antennenkabel richtig anschließen kannst, dass danach einfach optimaler Empfang herrscht. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. So ein F-Stecker hier wird hauptsächlich für den Anschluss an ein Antennen- bzw. Satellitenkabel für dein Fernseher zum Beispiel verwendet. Zuerst einmal musst du die richtige Steckergröße auswählen. Hierfür hast du hier vorne bei deinem F-Stecker normalerweise kleine Ringe. Bei mir habe ich jetzt zum Beispiel gar keinen Ring. Und die Anzahl der Ringe gibt sozusagen den Kabeldurchmesser von deinem Antennenkabel an. Hier solltest du zuvor also diese Tabelle mal etwas genauer anschauen. Noch kurz zum Aufbau von dem Kabel. Wir haben hier einmal unseren Innenleiter, das ist dieses Kupferstück hier vorne. Dann haben wir hier hinten unseren Außenleiter bzw. auch unsere Abschirmung. Diese besteht meistens aus einem oder mehreren Drahtgeflechten und so einer Alufolie hier, sage ich einfach einmal. Und zwischen diesem Außenleiter und diesem Innenleiter haben wir noch eine extra Isolierschicht, das sogenannte Dielektrikum. Das hat einfach den Sinn, dass zwischen dem Außenleiter und dem Innenleiter keine Verbindung steht und dadurch auch kein Kurzschluss zustande kommen kann. Doch genug geredet. Zuerst müssen wir das Ganze einmal abisolieren und das zeige ich dir jetzt mal mit einem Cuttermesser hier. Wir müssen einmal ca. 1 cm von unserem Außenmantel hier abisolieren. Hierfür nehme ich den Außenmantel, nehme das Cuttermesser, setze das Ganze bei ungefähr 1 cm an und dann schneide ich mal rundherum vorsichtig rein. Auf keinen Fall zu tief, denn sonst wirst du den Außenleiter innen drin beschädigen. Das Ganze ist jetzt geschehen. Jetzt vielleicht noch etwas das Kabel hier leicht knicken, dass der Außenmantel aufbricht und dann das Ganze einfach einmal herunterziehen. Jetzt müssen wir unser Drahtgeflecht hier einfach mal etwas entflechten, vorsichtig nach hinten ziehen. Natürlich schauen, dass wir keine Drähte beschädigen bzw. abreißen. Und dann auch einmal diese, ich nenne es mal einfach Alufolie wieder, auch nach hinten abziehen, dass unsere Isolierschicht hier drunter zum Vorschein kommt. Nun unsere Isolierschicht ungefähr um 7 mm noch abschneiden. Hierfür wieder das Cuttermesser neben bei 7 mm ungefähr hier jetzt mal ansetzen und wieder rundherum leicht einschneiden. Hier gilt auch wieder nicht zu tief schneiden, denn danach kannst du das Ganze normalerweise ganz leicht drehen und somit auch schon abziehen. Somit haben wir unseren Innenleiter auch schon hier vorne. Jetzt bitte nicht den Fehler machen, wie man es so oft im Internet sieht, dass man dieses Drahtgeflecht hier einfach über den Mantel hier hinten drüber stülpt und dann den Stecker hier drauf schraubt. Das Problem ist, dass diese feinen Drähte hier beim Aufschrauben von diesem Stecker relativ leicht abbrechen können, da hier nochmal so ein kleines Gewinne drinnen ist und dadurch das Ganze sozusagen runtergeschnitten wird. Deshalb nehmen wir jetzt eine andere Variante her. Wir nehmen jetzt unser Drahtgeflecht hier und tun das Ganze einfach mal auf eine Seite stülpen und hier hinten machen wir dann sozusagen einen kleinen Zopf aus diesen ganzen feinen Drähten. Natürlich nicht zu stark zusammenzuwirlen, nicht dass das Ganze abreißt und wie du sehen kannst, haben wir jetzt auch schon hier so einen kleinen Zopf gemacht. Danach nehmen wir mal unsere Alufolie hier und wickeln damit auch nochmal unser Drahtgeflecht, dass das Ganze noch mal sozusagen etwas geschützt wird. Ist jetzt auch schon geschehen und dann wickeln wir das Ganze einfach einmal hier um unsere Isolierschicht herum und wichtig dabei, das Ganze darf auf gar keinen Fall Kontakt mit diesem Innenleiter hier vorne haben. Wenn das Ganze hier richtig umwickelt ist, nehmen wir mal unseren F-Stecker, setzen diesen vorne einfach drauf und dann das Ganze einmal im Uhrzeigersinn noch leicht aufdrehen, bis ein leichter Widerstand kommt. Wenn der Widerstand kommt, sind wir hier vorne nämlich angestoßen und somit haben wir eigentlich auch schon unseren Stecker richtig aufgebracht. Wichtig hierbei noch einmal kontrollieren, dass hier vorne wirklich keine Drähte rausschauen, die wo irgendwie mit dem Innenleiter in Kontakt treten können und dadurch einfach einen Kurzschluss verursachen können. Wenn du beim Messen jetzt keinen Fehler gemacht hast, dann wirst du hier vorne einfach mal unseren Innenleiter sehen, der wohl ein paar Millimeter hier übersteht und genau so sollte es auch sein. Wenn du zu Hause jetzt so ein Koaxial- bzw. Antennenkabel öfters einmal abisolieren musst, um Stecker drauf zu bringen oder vielleicht sogar für die Arbeit, dann gibt es natürlich hier auch noch spezielles Abisolierwerkzeug. Hier zum Beispiel von der Firma Knippix mal, wir haben hier vorne nämlich verschiedene Messer, wodurch das Kabel an verschiedenen Stellen verschieden tief sofort eingeschnitten wird. Wir nehmen also einmal unser Kabel hier, setzen das Ganze vorne ein, dann drehe ich mal das Abisolierwerkzeug circa fünfmal um mein Kabel herum. Du kannst sehen, wir haben hier schon verschiedene Einschnitte, zum einen mal, wenn ich das Ganze vorne runter tue, sehen wir unseren Innenleiter, wie es sein sollte und wenn ich das Ganze hinten einmal noch runter ziehe, haben wir hier unsere Abschirmung und das Ganze wurde nicht verletzt und ging um einiges schneller. Hier muss man jedoch wissen, dass die Abschirmung natürlich auch etwas gekürzt worden ist, doch du kannst das Ganze genauso wie in der Anleitung zuvor auch jetzt einfach weitermachen und der Stecker wird danach sowieso funktionieren. Wie du sehen konntest, mit so einem Abisolierwerkzeug hier kannst du ein Koaxialkabel bzw. Antennenkabel wirklich sehr schnell und vor allem auch sicher abisolieren. Wenn du dir jetzt so ein Abisolierwerkzeug, einen F-Stecker hier in verschiedenen Größen oder auch so ein Koaxialkabel in verschiedenen Größen, vor allem auch Längen zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hierfür wirklich nur Amazon. Hier hast du eine sehr hohe Qualität zu einem relativ günstigen Preis von Markenherstellern und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in dein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also diese Untersiedeln hier zulegen möchtest, einfach einmal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.